Oh, hallo! Du kannst rückfragen. Hallo! Hi! Wie Tara. First things first. Du hast Dschungel, gell? Genau, ja. Mein Name ist Tara Tabitha. Hi. Ich liebe Mimosas. Lachen wir nicht mehr sehen. Genau, ja. Und ich mag halt auch, gell? So what? In Österreich bin ich ja mittlerweile seit 13 Jahren im Fernsehen, seit ich 17 Jahre alt bin. Ich bin definitiv eine der bekanntesten Frauen Österreichs. Ich bin eher ärmlich aufgewachsen und eher am Bauernhof. Und mein Lifestyle hat sich definitiv durch die TV-Shows verändert. Ich bin super viel auf Urlaub, sehr viel auf Reisen. Ich geh immer in Luxus-Restaurants. Ich hab schon so meine paar Handtaschen, meine paar Schuhe. Ich hab gesehen, das kann man haben und das will ich haben. Ich bin so Single, wie's nur geht. Ich hab, ich weiß, das glaubt mir fast niemand und ist auch ein bisschen peinlich, der seit eineinhalb Jahren keinen Sex. Ich glaub, dass ich die Männer abschreck, weil ich eben immer so strikt bin. Viele Männer mögen es halt lieber einfacher und nicht, dass sie zur Rechenschaft gezogen werden für ihre kleinen Spumpernadel. Nur wir zwei wie in Tom. Nur wir zwei wie in Tom. Also mir ist der Titel Reality Queen sehr wichtig. Mein Titel bleibt. Und ich verschwinde nicht von der Bildfläche. Also der Abstand wird noch immer größer. Sorry. Get sent to them Cute Boys. Ich möchte sie selbst auf zu, was ich gar nicht so is.